Woran denkst du, wenn du das Stichwort Disziplin hörst? Was kommt dir in den Sinn? Ich musste in der Vorbereitung an meine Schulzeit zurückdenken. Der Sportunterricht, er war ein Höhepunkt der Woche. Warum? Weil wir eine gewisse Zeit lang einen Lehrer hatten, der uns Schüler fragte, was wir denn gerne im Sportunterricht tun wollten und genau das dann tun durften. Also man nennt das auch gerne laissez-faire, so machen lassen, was die Schüler eben wollen. Fußball war ein Bereich, Völkerball wurde gern ausgesucht, was dann gemacht wurde, manchmal auch ganz gern Rasenpflege, also einfach rumliegen und nichts tun. So sah eine gewisse Zeit lang der Sportunterricht aus. Weitgehend disziplinlos konnte man uns als Klasse beschreiben. Wie stark aber wurde diese Art der Lehrer von denen kontrastiert, die, wenn sie in das Klassenzimmer hineinkamen, absolute Ruhe verlangten. Ein respektvolles Aufstehen und auf ein im Chor Grüßen bestanden. Insbesondere meine Spanischlehrerin, die in meinen Erinnerungen mich stets auch noch an Napoleon erinnert, nicht nur weil sie auch klein war, sondern auch eine leise Stimme hatte, aber gleichzeitig so eine Autorität ausstrahlte. Ja, sie vermochte es, aus den einzelnen Schülern äußerste Disziplin herauszukitzeln und legte dabei eine unglaubliche Kreativität an Stränge an den Tag. Auf dem Weltartikel finden wir eine Überschrift, die da liest, Disziplinlose Schüler überfordern deutsche Lehrer. Das könnte aus meiner Zeit damals stammen. Und was dieser Artikel im Prinzip sagt, ist, dass das eine Not in unserem Land ist und auch weiter wird. Man müsste jetzt eigentlich die Lehrer dazu einmal fragen, dass sie sich zu äußern. Und wenn das jetzt hier Lehrer hören sollten, dann wäre das mal interessant, einen Kommentar zuzuschreiben, wie sie so die Situation der Schüler im Hinblick auf die Disziplin oder Disziplinlosigkeit vorfinden, vor allem in den letzten zwei Jahren. Und darauf geht genau auch der Artikel ein, auf die Disziplinlosigkeit der Schüler. Disziplin ist ein Thema, womit jeder von uns auf irgendeine Art und Weise zu kämpfen hat. Sei es die Abschlussarbeit, sei es das Aufstehen oder das rechtzeitig ins Bett gehen. Dennoch sind wir dankbar, dass Gottes Wort ein Licht ist, das uns im Mitten der alltäglichen Kämpfe Hilfen und Wegweisungen gibt. Im Psalm 119, Vers 106 steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und so soll es auch für uns heute sein. Wir wollen uns im Lichte dieses Wortes an dieses Thema wagen. Unsere Agenda, an der wir uns entlanghangeln wollen, ist wie folgt. Gewinn, Geheimnis, Gefahr und Gewohnheit. Der Gewinn der Disziplin, das Geheimnis der Disziplin, die Gefahr der Disziplin und die Gewohnheit der Disziplin. Und ich möchte damit starten, um drei Punkte zu nennen, warum Disziplin wichtig ist, inwiefern es ein Gewinn sein kann, auf nationaler Ebene, auf körperlicher Ebene und auch auf geistlicher Ebene, wobei der Fokus des Abends auf letzterem liegt. Wir haben da zum einen auf nationaler Ebene. Ein christlicher Autor schreibt, Disziplin ist das, was der Mensch heute am meisten nötig hat und was er am wenigsten mag. Grund dafür ist sicherlich unsere mediale, überladene Gesellschaft. Wir hatten ja erst kürzlich bei uns in der Jugendstunde ein Thema über Medien und hatten uns angesehen, was die Medien mit unserem Leben machen und was die Gefahr dabei ist, wie wir richtig mit umgehen sollen. Da war zum Beispiel auch der Umgang mit dem Handy genannt. Das Handy ist eigentlich ein elektronischer Esel, könnte man sagen, der uns unterstützt, die tägliche Arbeit zu bewältigen. Aber bei vielen ist das Handy nicht nur ein Esel, der die Last trägt, sondern zum Großteil auch die Gedanken. Und dadurch, dass der E-Esel zum Gedankendatenträger wird, werden unsere Gedanken, sprich wir, letztendlich zum Esel. Und das sagt einer, der beinahe vor kurzem sein Handy verloren hat. Man möge nur einmal darüber nachdenken, wie viele Telefonnummern ein jeder von uns auswendig kann. Wir sourcen heute alles aus, um es so komfortabel wie möglich zu haben. Wie viele Telefonnummern kannst du heute noch auswendig? Da habe ich auch mich ertappt. Eine Gesellschaft mit weitgehend undiszipliniertem Verstand ist leichte Beute für Demagogen und Scharlatane, wozu uns die Gegenwart als Paradebeispiel dient. Das ist hart. Wie weit der Kommunist Lenin damit kam, wenn er über die Nachfolger seiner Ideologie prallte, mit einer Handvoll treuen Leute, die bereit sind, ihr Leben für mich zu geben, werde ich die Welt beherrschen. Und demgegenüber steht die an das eigene vollgerichtete Warnung vom ehemaligen US-Präsidenten Theodor Roosevelt. Was Amerika, auch so Deutschland, zerstören wird, sind Wohlstand um jeden Preis, Frieden um jeden Preis, Sicherheit und nicht Pflicht an erster Stelle. Die Liebe zum angenehmen Leben und das Motto, dass man lebt, um reich zu werden, kurz, es geht um Dekadenz oder Disziplin. Dass Disziplin auf nationaler Ebene eine wichtige Rolle spielt, sehen wir wahrscheinlich nirgends so stark in der Bibel, wie 1. Mose in Ägypten, als Josef nach Ägypten kommt, dort dann aufsteigt, und eine fleißige ägyptische Nation unter der disziplinierten Leitung des Josefs eine ganze Nation vor dem Hunger bewahrt, wogegen die Reiche selbstzufriedene und selbstsichere und zügellosige Stadt Sodom zugrunde geht. Aber neben der nationalen Stärke spielt Disziplin auch eine wichtige Rolle im Hinblick auf körperliche Stärke. Im Februar diesen Jahres hatte man bei den Olympischen Spielen in Beijing Menschen sehen können, die für ihre entsprechende Sportart die Disziplin in Person sein mussten. Man bezeichnet ja die unterschiedlichen Sportarten nicht umsonst als Disziplin. Jeder Sportler, der dort hinkam, musste im Hinblick auf seine Sportart und seine Ernährung äußerste Disziplin an den Tag legen. Sonst wäre er nicht dort gelandet. Disziplin im Bereich des Leistungssportes ist unabdinglich. Das reicht von der Ernährung über den Schlaf bis hin eben zu den praktischen Übungen. Aber im Gegensatz zu einer körperlichen Sportart und es ist sicherlich hilfreich Sport zu machen und auch gesund Sport zu machen, aber im Gegensatz zu einer körperlichen Sportart, die Disziplin abverlangt, gibt es eine viel wichtigere und für uns heute Abend zentrale Disziplin bei der Frage, warum Disziplin wichtig ist, wenn wir uns neben der nationalen und der körperlichen Stärke noch zur geistlichen Stärke. Es gibt unzählige Beispiele von Menschen, wie wir schon bei Josef gesehen haben, in der Bibel Vorbilder, die ein diszipliniertes Glaubensleben geführt haben. Mose, einer, der nicht gut sprechen konnte und doch ein ganzes Volk anführte. Er tat dies nicht, weil er so ein Käpsele, würde der Schwabe sagen, war, sondern weil er sich durch Glauben seinen Ängsten stellte und von Gott für seine Aufgabe ausgerüstet und vorbereitet wurde. Nehemia haben wir zum Beispiel im Alten Testament der einfache Mundschenk am Königshof. Er wurde von Gott als Werkzeug ausgewählt, um Jerusalem unter viel Anstrengung und Disziplin wieder aufzubauen. Der Prophet Daniel, der als oberster Staatsangestellter, was hatte er nicht alles an Aufgaben? um die Ohren und neben all den Aufgaben, die er um die Ohren hatte, konnte man ihm, so heißt es in der Schrift, nichts nachsagen und auch dann nicht. Das ist jetzt das Spannende, dass er neben diesen Geschäften, Regierungsgeschäften, die er treu ausführte, das geistige Leben auch treu ausführte und auch dann treu ausführte, wenn das Gebet ihm das Leben kosten könnte und er zog es durch. Dann haben wir im Neuen Testament Paulus, der war mit Sicherheit der disziplinierteste Mann, einer der besten Schriftgelehrten im Judentum war und Gott hat ihn 180 Grad Kehrtwende machen lassen und er wurde zu einem Lauffeuer Sondergleichen der unzählige Gemeinden gegründet hat und ohne Unterlassung gebet und in der praktischen Arbeit für die Gemeinden eintrat. Er war möglicherweise der im besten Sinne des Wortes disziplinierteste Mann nach Jesus Christus. Und das steckt vielleicht sogar auch in dieser Aussage, die Paulus einmal in 1. Korinther 15, Vers 10 nennt. Er sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade, die an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Als Paulus zum Glauben gekommen war, trotz all seiner Errungenschaften, bekennt er hier an dieser Stelle noch einmal, dass alles, was geschieht, was ihm Gott an Gelingen schenkt, aus seiner Gnade entspringt. Geistliche Stärke hat nicht unbedingt etwas mit einer mächtigen äußerlichen Erscheinung oder der eigenen Kraft zu tun. Paulus selbst war sehr wahrscheinlich eine sehr schwache Erscheinung gewesen, hatte viele körperliche Schwierigkeiten und Gebrechen gehabt. Der Schlüssel zu seiner Stärke, sowohl in Disziplin als auch in Heiligung, lag darin, dass er seine Schwachheit vor Gott zugestanden hat und auf die Gnade, die ihm in Jesus geboten wurde, voll und ganz vertraut hat. Und das sagt er an einer anderen Stelle, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9, wo Jesus ihm noch einmal sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, und dann sagt er im Anschluss, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rüben, damit die Kraft des Christus bei mir wohnt. Ein sehr zentraler Vers für den Erfolg für das gesegnete Leben des Apostel Paulus. Und dann haben wir im letzten noch das größte Vorbild, Jesus. Jesus ist ein Mann, der zugleich Mensch und Gott ist, sagt die Schrift. Und die Schrift sagt, dass er keinen Moment vergeudete. Er kaufte die Zeit voll aus. Selbst auf einer Hochzeit, wo so mancher sagen würde, ja, leg mal die Füße hoch, entspann dich mal ein bisschen, weiß er, den Moment so zu nutzen, um durch ein mächtiges Wunder seine Autorität als Messias zu offenbaren. Er ist die Disziplin in Person. Er ist der Einzige, der durch sein Leben uns das Vollkommene vorgelebt hat, sagt, was er in Johannes 4, Vers 32 selber auch einmal sagt. Er sagt, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Dann beschreibt er sie. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und seine Werke, sein Werk vollbringe. Aber mit der Bibel hören die Vorbilder für Disziplin nicht auf. Wenn wir in der Kirchengeschichte hineinschauen, dann entdecken wir immer wieder Lauffeuer auf zwei Beinen, die Gott entzündet hat, durch den Heiligen Geist ausgerüstet hat, um inmitten der größten Anfechtung und Anstrengung treu seinen Samen, das Wort Gottes, auszusehen und um die Ernte zu kämpfen. Wir haben Martin Luther, den Klassiker, der mit seinen drei Stunden am Tag Beten voranging, obwohl er eine Unmenge an Arbeit hatte. Dieser Mann hat in elf Wochen das Neue Testament aus dem Griechischen übersetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Wer von uns hat das letzte Mal das Neue Testament in elf Wochen am Stück gelesen? Er konnte das, weil er sich zuvor disziplinieren konnte, die Sprache zu lernen. Darüber hinaus, wenn man sein Leben, die damaligen Umstände, insbesondere die Zeit ohne jegliche Digitalisierung betrachtet, ist es phänomenal, was der Mann alles gelesen, gepredigt, geschrieben und übersetzt hat. Wir könnten unzählige Beispiele, zum Beispiel John Wesley auch nochmal mit anführen. Ein Mann, der eine körperliche Robustheit hatte, er stand durchweg um vier Uhr morgens auf, um um fünf Uhr schon zu predigen. Wir könnten eine eigene Jugendstunde darüber halten, Biografien zu beleuchten, die ganz normal sterbliche Menschen waren, aber die Gott ausgerüstet hat. Calvin, Jim Elliot und viele mehr, um durch ein diszipliniertes Leben Gottesreich zu dienen. Aber wir müssen an das Ganze nochmal etwas anders herangehen. Wie genau lässt sich biblische Disziplin definieren? Kommt dieser Begriff in der Bibel überhaupt vor? Und wenn ja, was meint er? Wir wollen im Folgenden dem Geheimnis der Disziplin auf die Spur gehen. An dieser Stelle wechseln wir in der Jugendstunde zu einer praktischen Ausarbeitung, um uns so das Thema vom Text iterativ zu erarbeiten, was hier jetzt aber im Vortragsstil weiter fortgeführt wird. Vom Gewinn der Disziplin wenden wir uns zum Geheimnis der Disziplin. Auf der Suche nach dem Geheimnis der Bedeutung und des Stellenwerts von Disziplin im christlichen Leben müssen wir etwas weiter ausholen und halten zunächst fest, dass das Neue Testament dieses Wort Disziplin so gar nicht eigentlich verwendet. Der Begriff, der dem Wort Disziplin aber am ehesten, am nächsten kommt, den finden wir in Galater 5. Dort wird die Furcht des Geistes beschrieben und Paulus beschreibt den Galatern, dass die Furcht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung ist. Und das Wörtchen Selbstbeherrschung ist eigentlich das Wort, was man auch mit für Disziplin verwenden könnte. Wir kommen darauf gleich nochmal näher zu sprechen. Es taucht hier als eine Frucht des Geistes auf. Was bitte ist eine Frucht des Geistes? Wenn ein Mensch Christ wird, dann sagt die Bibel, bekommt er quasi einen neuen Motor in sein Leben eingepflanzt. Wie Frucht wächst, so wächst auch die Frucht des Geistes und Paulus kontrastiert an dieser Stelle die Frucht des Geistes in Galater 5 mit den Werken oder der Frucht des Fleisches. Also der neue Motor, den der Mensch bekommt, wenn er Jesus Christus nachfolgt, ist Gottes Heiliger Geist, der ihn jetzt treibt, der ihn jetzt führt, der ihm jetzt ein neues Verlangen gibt. Und Paulus erklärt, in einer Gemeinde, die so viele Konflikte hatte, bringt er vieles zurecht und sagt an dieser Stelle, hey, schaut mal, das sind die Werke des Fleisches und schaut mal, das sind die Werke beziehungsweise die Früchte des Geistes. Und die Werke des Fleisches listet er dann auf und erzählt sie auf, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Verteilungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Wenn wir uns vorstellen, dass der Mensch mit einem Baum verglichen wird, dann hat dieser entweder die eine oder die andere Sorte von Frucht. Nicht wahr, ich kann nicht einen Apfelbaum mit Himbeeren pflücken, so gern ich das täte, ich kann aber ebenso wenig von einem Birnenbaum Melonen erbenden, auch wenn das mal eine feine Sache wäre. Paulus unterscheidet hier zwischen zwei Arten von Werken, zwei Arten von Früchten, des Geistes und des Fleisches. Ja, es gibt im Himmel ein Drinnen und ein Draußen und das charakterisiert er hier an dieser Stelle. Er sagt das, was die Leute, die Jesus nachfolgen, kennzeichnet und dann stellt er dem gegenüber, was die Werke derer sind, wie er es hier selber sagt, die das Reich Gottes nicht erben. Es gibt im Himmel ein Drinnen und ein Draußen. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, egal ob du an einen Gott glaubst oder nicht, aber nicht alle Menschen sind Gottes Kinder. Nicht alle Menschen haben Gottes Geist. Der Unterschied liegt in der DNA beziehungsweise Wurzel des Baumes, woraus die entsprechende Frucht auch dann resultiert. Und das bringt uns an den Anfang der Menschheit zurück. Als Gott den Menschen erschuf, gab es zwei Bäume im Garten Eden. Nenn eigentlich einmal den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens. Adam und Eva durften von allem essen, außer von diesen beiden Bäumen. Aber was geschah? Der erste Mensch ließ sich dazu verführen, Gottes Güte in Frage zu stellen. Und so kam der eigenständige Emanzipationsgriff nach der Macht. Der Griff zum Baum der Erkenntnis. Endlich einmal so sein wie Gott. Der Mensch übertrat somit ein Gebot Gottes und verlor durch eine einzige Übertretung sein Anrecht auf Gottes Gegenwart und die Daseinsberechtigung im Paradies. Als Folge daraus musste der Mensch raus aus dem herrlichen Garten rein in die öde Gegend, um rastlos umherzustreifen, das unfruchtbare Ackerland zu bebauen. Der Boden, aus dem er gemacht wurde, würde hinfort seine Arbeit mit Dornen und Disteln belohnen. Der Mensch musste von jetzt an im Angesicht seines Schweißes das harte arbeitete Brot essen. Das war die Frucht seiner Selbstsucht. Das war der Lohn für seine Rebellion gegen Gottes Gebote. Und diese Mühsal war eine direkte Folge der Sünde, der Rebellion gegen Gott. Rastlos, unbefriedigt und von den Folgen der Sünden geplagt, setzt sich so die Menschheitslinie fort. Dann kam es zum ersten Brudermord, der erste Vergeltungsschlag und nicht lange danach der erste Aufruf zum Völkermord. Seitdem wird die Welt von dieser Rebellion gekennzeichnet, gegen den Gott, der Bibel, gegen seine Gebote. Und das gestaltet sich in der buntesten Art und Weise, deren Straße geradwegs in die Hölle geht. Und dort heißt es, hör auf dein Herz. I do it my way. Das musst du dir nicht gefallen lassen. Bleib in deiner Mitte und lass dich nicht von denen aus der Ruhe bringen. Sei kein Spaß Verderber, einmal ist kein Mal. Und die verdorbene und giftige Frucht, die im letzten aus einem gottlosen Leben entwächst, das aus Gottes Herrschafts Anspruch pfeift. Wenn uns Galater 5, Vers 19 in den eben aufgelisteten Dingen, Ebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, das ist die Frucht des Fleisches. Aber nach dem Sündenfall im Garten eben wurde neben dem Fluch auch noch ein wichtiger Same der Verheißung gepflanzt. Eine Ankündigung, es wird eines Tages einer kommen, der diesen Fluch wegnehmen wird, der den verdorbenen Acker des Menschen komplett umgraben und den Fluch ein für allemal beseitigen wird. Er ist die Personifikation dessen, was wir als die guten Früchte des Geistes kennen. Eben er, an dem nie eine einzige faule Frucht des Fleisches zu finden war, wird kurz vor seinem qualvollen Tod, und ich spreche von keinem anderen als Jesus Christus, er wird kurz vor seinem qualvollen Tod am Kreuz durch das gekennzeichnet, was unseren Fluch definierte. Er wird gebrannt mit unserem Fluch, mit einer Dornenkrone. Er, der rettende Messias, von Gott gesandt, wurde als Sohn Gottes öffentlich gekreuzigt, geschlagen, verhöhnt, verlassen, verspottet, verunstaltet und dermaßen verurteilt, als wäre er der schlimmste Verbrecher gewesen. Jesus, der grüne und fruchtbare Baum, ihm wurde am Kreuz unsere faule Frucht angehängt. Und dann sagt die Bibel, damit, wer durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott kommt, die guten Früchte von dem Leben von Jesus angerechnet bekommt. Und das Entscheidende dabei ist, dass die Bibel sagt, dass es Gott gefiel, auf genau diese Art und Weise, den dornigen Fluch, der seit jeher über den Menschen steht, ein für allemal auszureißen. Jeder Mensch, egal in welcher Vergangenheit, egal mit welchem Alter, egal mit welcher Hautfarbe, mit welcher Bildung, jeder, der auf diesen Mann am Kreuz blickt und dort die Verurteilung seiner eigenen Sünde sieht und Gott darin Recht gibt, dass eigentlich wir dort hängen sollten, dass ich dort hängen sollte mit meiner Frucht. Der erfährt eine Entwurzelung, erhält eine neue Nähe Art Natur und wird in Gottes guten Garten eingepflanzt, eingepfropft. Jeder, der Jesus Christus glaubt, dass er aus Liebe an seiner Stelle am Kreuz gestorben ist, um uns mit Gott zu versöhnen, indem er Gottes gerechten Urteil über unserem Leben erfüllte, wird vor Gott gerecht gesprochen. Ohne einen Verdienst und genau das nennt die Bibel Gnade unverdient. Er wird wegen Jesus angenommen. Er wird zu einem neuen Gewächs in Gottes guten Garten. Ihm wird durch Glauben alle kostbaren Früchte von Jesus angerechnet. Egal, was für ein verrotteter und kaputter Baum man auch gewesen ist. Die Bibel sagt, dass in diesem Moment der Mensch mit seinem alten Leben wie ein Weizenkorn, das man in die Erde legt, stirbt und dadurch eine neue Pflanze mit einer neuen Frucht wächst. Genau diese Art von Frucht kommt nicht aus eigener Anstrengung, sondern die Reformatoren sprachen extra außerhalb von uns. Sie, die Quelle ist uns und produziert diese Frucht. Wer ist das? Gottes Heiliger Geist, der der neue Gärtner in unserem Leben ist. Er ist der jenige, der uns bewässert, beschneidet und Unkraut entfernt. Und er möchte das tun, damit wir zu dem werden, wozu uns Gott bestimmt hat. Menschen, die dem lebendigen Gott dienen. Es mag sein, dass man diese eine oder jene Knospe noch findet, die an die frühere Frucht des Fleisches erinnern mag. Aber ein echter Christ, der von neuem geboren ist, kann keine anhaltende Werke des Fleisches tun und darin mit gutem Gewissen Freude empfinden. Wie Paulus ist in Galater 5 Vers 21 an dieser Stelle sagt, wenn solche Dinge tut, kommt nicht in das Reich Gottes, wird es nicht erben. Das heißt nicht, dass wir heute keine Fehler machen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen werden, so schön das auch wäre. Erst im Himmel wird es einmal einen sündlosen Zustand geben. Wie schön wird das sein. Aber das heißt, dass wir neue Triebe eingepflanzt bekommen haben, die raus wollen und die auch raus müssen. Jesaja 61 Vers 3 Im Alten Testament wird diese neue Schöpfung auch schon erwähnt und in Jesaja 61 finden wir diese neue Pflanzung beschrieben. Dort wird gesagt, dass wenn der Messias kommt, um uns umzutopfen, dass was geschehen wird, es wird kommen, um den Trauenden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werden, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden, jetzt kommt's, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Rom. Wenn du dieses neue Leben noch nicht hast, dann komme deinen leeren Händen zu Gott, wende dich zu Jesus, bekenne ihm deine Sünde und bitte ihn um Vergebung und erkenne seine Herrschaft über deinem Leben, denn nur wenn wir diese Schwelle im Glauben überschreiten, können wir uns jetzt dem weiteren Studium einer Frucht nähern, die kein Verfallsdatum besitzt, eine Frucht, die bis in Ewigkeit hält. Dieser neue Antrieb in einem Christen bewirkt in ihm ein neues Verlangen, eine neue Denkweise beruht darauf, dass er eine neue innere Natur von Gott eingepflanzt bekommen hat. Kurz, Gottes Geist wirkt und regiert den Menschen, das zeigt sich darin, dass Früchte des Geistes wachsen. Es sind Früchte, die Zeit und Übung brauchen und es sind Früchte, wie wir vorhin gelesen haben, die bestehenden Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Manche übersetzen auch mit Enthaltsamkeit oder Keuschheit. Aber genau das ist das, was wir der Disziplin zurechnen. Das Geheimnis dabei ist, dass der Ursprung dieser Frucht aus Gottes Geist in uns gewirbt wird. Das heißt, es hat diese göttliche Komponente. Aber, dass es auch eine menschliche Komponente gibt, wo der Mensch aufgerufen wird, nachzustreben, sich darauf zu besinnen. Wir finden unterschiedliche Stellen, wo hier zum Beispiel gezeigt wird, dass Gottes Geist in uns das wirkt, diese Taten, aber, dass wir auch aufgerufen sind, den Nächsten zu lieben, uns an Gott zu freuen, Friede zu halten, nach Keuschheit zu streben. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Gottes Geist wirkt in uns das Verlangen, aber wir sind ebenso aktiv dazu aufgefordert, seinem Wirken, diesen Früchten nachzustreben, seinem Wirken, aus dem Weg zu gehen. Das Wort Selbstbeherrschung soll uns im weiteren Beschäftigen, da es ausdrückt, was Disziplin meint. Übrigens ist gelebte Jüngerschaft ein essentielles Wesen und ein essentieller Nährboden, den jede biblische Gemeinde kennzeichnen sollte und jede biblische Gemeinde braucht, weil auf diesem Nährboden von Jüngerschaft diese Früchte wachsen und gefördert werden können. Jüngerschaft bedeutet, dass ein reiferer Christ, einen jüngeren Christ gleich Geschlecht zum Glauben in einer Art Rechenschaftsbeziehung anleitet, sodass man über einer offenen Bibel, über die alltäglichen Kämpfe im Glauben spricht, wie man als Jünger Jesu in dieser Welt leben kann. Im Englischen ist der Begriff für Disziplin eng mit dem Wörtchen Jüngerschaft verbunden, sodass die Symbiose lautet Discipleship. Ein Jünger, Disciple ist jemand, der sich kennzeichnet in Disziplin. Das griechische Wort, das wir in Galater 5 jetzt hier vorfinden und für Selbstbeherrschung bei Schlacht übersetzt wird, ist En Crateria. Ich habe hier auch nochmal so einen kleinen Ausschnitt aus einem theologischen Wörterbuch mitgebracht, wo man auf der rechten Seite, wenn man das lesen kann, ein bisschen näher die Definition auch sehen kann, wo das vorkommt, was es bedeutet. Aber zusammengefasst, wenn wir dieses Wort näher studieren, stellen wir fest, dass es bedeutet, dass jemand seine Emotionen, sein Verlangen, seine Impulse, seine Sprache im Griff hat und beherrscht. Und dieser Artikel zeigt vor allem, dass, wenn ich jetzt vom Verlangen gesprochen habe, dass das sexueller Natur ist, seine Triebe im Griff hat. Vom Neuen Testament her gesprochen, stellt er sie unter den Gehorsam Jesu Christi und es ist offensichtlich, dass da mit noch keiner fertig ist, wenn wir nur mal an den Gebrauch der Zunge denken. Dass dieses Wachstum dieser Frucht ein Leben lang anhält, bis der Herr Jesus wiederkommen wird und es wird einmal davon die Rede sein in der Offenbarung, dass er wiederkommen wird zu ernten. Wie schnell ist ein unbedachtes Wort herausgerutscht? Aber wir sind dazu gerufen, in der Selbstbeherrschung zu leben und uns an dem zu orientieren, was die Bibel gut heißt und unsere Finger von dem lassen, was die Bibel als Sünde benennt und das, was wir als Sünde erkennen und die Herrschaft Jesu stellen und ihn darum bitten, die Oberhand darüber auch zu bekommen. Die biblische Disziplin, die ja eine Frucht des Geistes ist, will sich dann insbesondere auf den Körper und unser Verhalten auswirken. Paulus spricht davon, in Römer 8 zum Beispiel, die Handlung des Leibes zu töten, unsere Finger von sexueller Unreinheit zu lassen. Von der Trinksucht wegzukommen, von der Drogenabhängigkeit wegzukommen. Er spricht in 1. Korinther 9, Vers 27, wo wir später nochmal draufkommen werden, dass er den Leib bezwingt und er verwendet da ein Verb, was man auch bei einem Sieg verwendet hat, wenn ein Sieger, ein Krieg, der Sieger, den besiegenen Ketten hinter sich her schleppt. Das heißt, wir sollen unseren Leib bezwingen und das ist die Negation von Disziplin. Aber es gibt auch eine Position. Wir sollen den Leib, unseren Körper als lebendiges Opfergott bringen, Römer 12, Vers 1. Wir sollen unsere Glieder, so sagt Paulus in Römer 6, Vers 13, als Werkzeuge der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung stellen. Wir sehen, es hat eine negative und eine positive Seite, ein Abkehren und ein Hinkehren. Und das gehört auch mit zu dieser Selbstbeherrschung dazu. Die beschriebene Frucht der Selbstbeherrschung aus Glieder 5, Vers 22 findet an zwei Stellen noch weitere Verwendungen. Eine möchte ich noch herausnehmen. Eine davon ist in der Apostelgeschichte zu finden, wo Paulus seiner Verteidigung hält und vor dem großen Felix steht und er ihn anpredigt. Und es heißt, dass Paulus vor diesem Felix in Apostelgeschichte 24, Vers 25 heißt es dann, als Paulus aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit, das ist das gleiche Wort wie in Galater 5, Vers 22, und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und er antwortete, für dieses Mal kannst du gehen, wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich widerrufen lassen. Dem Felix scheint viel zugefallen zu sein, aber von christlicher Disziplin wollte er nichts wissen. Er lebt in grenzenloser Ausschweifung. Wir dagegen sollen lernen, uns selbst zu beherrschen, in der Enthaltsamkeit leben und in der Abhängigkeit zu Jesus. Und dann gibt es noch einen wichtigen Vers, der das Thema Disziplin, das Geheimnis der Disziplin beleuchtet. Beleuchtet, das ist 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13, den möchte ich einmal noch mal vorlesen. Da sagt Petrus, darum umgürtet die Linden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Petrus sagt damit, gürtet die Linden eurer Gesinnung. Was heißt das? Sammle deine Gedanken. Er spricht hier davon, dass man sich die Linden umgürtelt und damit meint er in erster Linie das Gewand, dessen lose Enden den Soldaten oder dem Mann beim Laufen und Agieren gehindert hätte. Daher wurden jene zusammengebunden, um zielstrebig voranzukommen. Und wenn Petrus davon jetzt spricht, dass wir unsere Linden umgürtelt lassen sollen, unsere Linden der Gesinnung, dann meint er damit, dass wir loskommen sollen von unseren losen Gedanken. Dass wir sie sammeln sollen, dass wir uns lernen sollen zu fokussieren. Dass wir zielstrebig sein sollen. Das ist genau das Gegenteil, was uns ein Serienmarathon oder ein Binge-Watcher, wie man ihn auch nennt, anpreist. Petrus sagt, seid nüchtern. Haltet eure Gesinnung zusammen. Seid konzentriert und fokussiert. Auf die Aufgaben, die ihr anvertraut bekommen habt. Auf den Weg, der vor euch steht. Setze deine Hoffnung. Das ist interessant. Und wir sprechen häufiger im christlichen Sprachgebrauch von der Hoffnung auf Jesus, die Gott uns gibt. Aber Petrus spricht an dieser Stelle nochmal, dass wir aktiv unsere Hoffnung auf Christus setzen sollen. Und dass wir dazu eine zusammengebundene Gesinnung brauchen. Wir fassen zusammen auf die Frage, warum ein Christdisziplin wichtig sein sollte. ist zum einen, weil die Schrift es sagt, weil Gott uns einen neuen Geist und damit ein neues Denken gegeben hat. Weil unser Körper ein Tempel Gottes geworden ist und Gottes Wohnung Ordnung bedarf. Weil Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern eben der Ordnung, wie es an unterschiedlichen Stellen heißt. Und weil Gott in uns genau das wirken möchte, was wir in Galater 5, Vers 22 gelesen haben, was der Heilige Geist in uns als der neue Gärtner hervorbringen möchte. Das Geheimnis von Disziplin ist dabei, dass es nicht aus uns selber, aus eigener Kraft kommt, sondern dass Gottes Geist im Letzten der Wirkende in uns ist, der uns auch mit einbezieht, indem wir dazu aufgerufen werden, dem nachzustreben. Aber im Letzten ist Gottes Werk in uns. Paulus rühmte sich nicht seiner eigenen Zielstrebigkeit, nicht seiner eigenen Kraft, nicht seiner eigenen Disziplin. Er rühmte die Gnade. Wir finden hier nochmal die einzelnen Stellen aufgelistet, wo Paulus seinen Eifer beschreibt. Und wenn das Neue Testament Eifer meint, dann können wir das auch mit in diese Rubrik Disziplin beschreiben oder hineinstellen. Denn neben einem Fleiß gehört zu Disziplin eben auch der Eifer. Und das griechische Wort Zeleo, eifrig sein, verwendet er hier in 2. Korinther 11, wenn ich eifre um euch mit göttlichem Eifer. Das ist dieser Antrieb. Römer 12, da schreibt er im Eiferlasten nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Brennend im Geist zu sein, heißt, dass die Früchte in uns wachsen. Hier ist der Aufruf dazu. Aber Achtung, neben all dem Eifer, von dem wir jetzt gelesen haben, der Disziplin, gibt es auch eine falsche Disziplin. Und davon lesen wir zum Beispiel in Römer 10, da spricht Paulus über die Juden und er sagt, denn ich gebe ihnen, den Juden, das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Bevor wir also zu noch einem praktischen Wie der Disziplin kommen, müssen wir vorab etwas Belast beiseite schieben, denn es lauern auch unzählige Gefahren und Missverständnisse rund um das Thema Disziplin. Wir haben gesehen, Gewinn der Disziplin, das Geheimnis der Disziplin und wir kommen jetzt zur Gefahr der Disziplin. Man mag jetzt einwenden und sich wundern, was für Gefahren mag es denn geben. Paulus hat uns im Prinzip schon eine genannt. Juden hatten Eifer, aber ohne Einsicht, was heißt Gesetzlichkeit. Disziplin kann zur Gesetzlichkeit werden, zur Askese, zur Engstirnigkeit. Wenn man ernsthaft glaubt, dass Disziplin den höchsten Stellenwert im Leben einnehmen muss, ist das möglicherweise die größte Gefahr und kann zur Gesetzlichkeit führen, wodurch Disziplin letztendlich zum Götzendienst wird. Und das bedeutet, dass letztlich nur eine Form stimmt, aber nicht mehr der Inhalt. Disziplin darf nicht den höchsten Stellenwert bekommen in unserem Leben und ist auch erst recht nicht das Mittel, wodurch wir uns freiarbeiten können. Es gibt ein Buch von Joko Willink. Im Deutschen heißt es Der Weg der Disziplin. Im Englischen ist es noch ein bisschen ausdrucksstarker. Es kommt aus Amerika. Er selber war auch ein Seals-Ausbilder und in der US-Armee unterwegs in unterschiedlichen Einsätzen, auch in Kriegen. Er hat dieses Buch später verfasst und im Englischen heißt der Titel Disziplin equals Freedom. Das heißt, durch Disziplin kommt Freiheit. Er hat diesen Begriff dabei nicht erfunden, sondern hat ihn eigentlich ursprünglich von dem altgriechischen Philosophen Aristoteles. Allerdings wird er heute sehr häufig mit Willink verbunden, weil er sehr bekannt ist und man kann allein schon von seinem YouTube-Kanal sehen, wie viele Abonnenten er hat und wie viel Einfluss er damit auch ausübt. Das Buch von ihm ist äußerst interessant und sehr motivierend, herausfordernd zugleich. Aber als Nichtchrist zäumt er das Pferd von hinten auf. Er versucht sich den inneren Frieden durch Disziplin, durch frühes Aufstehen, durch Sport machen, ja, durch dem sich seine Schwächen stellen. Er versucht eben dadurch, seinen Frieden zu finden, zur Ruhe zu kommen. Es geht bei ihm als ehemaliger Seals-Ausbilder, die Seals sind in Amerika die Besten der Besten, um vollständige Selbstkontrolle aus eigener Kraft. Er erreicht mit seinem YouTube-Podcast Unmengen viel von Menschen und er hat sehr interessante Methoden, die er da teilweise auch in Unternehmen dann anwendet und empfiehlt und da auch sehr erfolgreich ist. Und es ist dabei sehr interessant, dass er immer wieder auf biblische Prinzipien zurückkommt. Also ich sage nochmal, dieses Buch, es ist interessant zu lesen, man muss wissen, dass er aber das Pferd von hinten aufzäumt und damit eine Gefahr der Disziplin wird. Er spricht davon, dass die Wahrheit uns frei macht. Kennen wir irgendwoher. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Er spricht davon, dass Disziplin auch mit Selbstaufopferungen zu tun hat. Er meint es im Zusammenhang mit seinen gefallenen Kameraden auf dem Schlachtfeld. Er spricht davon, dass man loskommen muss von seinem Ego. Das sind alles interessante Ansätze, aber was ist das Problem? Er sagt es zum Beispiel auf Seite 75 des deutschen Buches, durch Kraft und durch Willen und durch unerschütterliche Disziplin werde ich zu dem, was ich sein will. Die Willenskraft. Ich aus mir selbst. Wie gesagt, man kann viel Interessantes und Gutes aus dem Buch nehmen, aber das Eigentliche fehlt, dass das neue Wesen nur aus Christus kommt. Der Antrieb nur aus seinem Heiligen Geist kommt, nicht aus dem Geist des Menschen. Wenn diesem Joko Willink eines Tages noch die Lampe aufgeht und der Gott kennenlernt, Jesus kennenlernt, warum wir bitten wollen, dass das geschieht, dann wäre sein Lieblingskapitel mit Sicherheit Philippus 3, wo Paulus sein altes Leben und sein neues Leben kontrastiert, wo Paulus seine durch Disziplin errungene Trophäen, Abschlüsse, Anerkennungen, Auszeichnungen in den Abgrund schiebt und sagt, er achtet das alles, was letztendlich Frucht seine Stolzes war für Dreck, um Christus zu gewinnen. Eine echte Beziehung zu Gott durch Jesus Christus ist das Entscheidende. Gottes Gnade und Vergebung, seine Gegenwart, seine Liebe, der Glaube, das alles steht über der Disziplin. Disziplin darf nicht Jesus vom Thron stoßen. Es besteht darüber hinaus eine weitere Gefahr bei Disziplin, nämlich der Askese. Askese bezeichnet man damit das, dass man jemanden hat, der auf etwas verzichtet, weil es gut ist. Disziplin dagegen weiß von Zeit zu Zeit auf das Gute zu verzichten, weil es dem Dienst dient. Das ist der Unterschied. Nochmal, Askese bedeutet, ich verzichte auf etwas, weil es gut ist. Disziplin bedeutet, ich verzichte von Zeit zu Zeit auf etwas, um besser zu dienen. In Griechenland, wo ich kürzlich war, wurde mir erzählt, dass es dort Mönche gab, die auf einem Baum oder in einer Höhle lebten, einfach nur deshalb, weil sie gesehen werden wollten. Einfach, weil es die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu. Und sie deshalb sich diese Verbote und Regeln selbst auferlegten. Das ist nicht das, was Disziplin ist. Disziplin verachtet nicht die guten Gaben des Schöpfers, Essen, Trinken, Schlaf, Sexualität in den von Gott gegebenen Rahmen. Aber Askese tut dies und rührt im Letzten vom sogenannten Dualismus, der lehrt, die Materie sei schlecht, das Geistliche allein ist gut. Echte Disziplin, dagegen verachtet niemals irdische Segnungen. Und so lesen wir in Prediger 2, Vers 25, wer kann essen und wer kann genießen ohne mich, spricht Gott. Das heißt, ein fröhliches Christenleben besteht darin, dass es Gottes Gaben mit Dank annimmt. Und davon spricht Paulus auch mal, als er Timotheus schreibt, der auch in seiner Zeit einige Menschen hatte, die, naja, zu einer Art Zölibat riefen, die zu einer Askese riefen. Und er sagt, Paulus, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Echte Disziplin versagt sich von Zeit zu Zeit nicht Gottes Garten, um heiliger zu werden, sondern weil sie erkennt, dass sie in gewissen Situationen so besser dienen kann. Sie wird manchmal auf Vergnügungen verzichten, auf eine Einladung, auf den innerlichen Impuls, etwas Entspannendes zu tun. Nicht, weil man glaubt, dass man etwas Schlechtes opfert, sondern weil das Opfer in dieser bestimmten Situation dabei hilft, ein noch kostbares Gut zu bekommen. Nehmen wir ein Beispiel. Der Sonntagmorgens Gottesdienst ist zu Ende. Neben einem sitzt ein Besucher, der das erste Mal da ist, der interessiert ist am christlichen Glauben, der aber laut eigenen Worten noch einen weiteren Termin hat und deshalb nicht äußerlich viel Zeit hat. Nun hat man selbst aber eine Essensverabredung und übrigens auch einen Bärenhunger. Man lädt ihn zum Essen ein, er kann leider nicht kommen, weil er, wie gesagt, diesen wirklich wichtigen Termin noch wahrnehmen muss, aber das Gespräch entwickelt sich gerade so gut, dass man ungern das Gespräch einfach abbrechen möchte. Also schiebt man das Essen voraus und versucht, dieses Gespräch, solange wie möglich man diesen Faden noch hat, fortzuführen. Es kann also manchmal sein, dass man auf etwas verzichtet, um etwas auszunutzen, weil Gott diese Situation einem gerade so über den Weg kommen lässt und man dafür bereitwillig etwas anderes gehen lässt, nicht weil man das verachtet, sondern weil man merkt, dass es etwas Besseres gibt, dem man momentan nachgehen sollte. In der Person des alten Paulus haben wir eigentlich das beste Beispiel für die Gefahr der Disziplin. Ich habe schon davon gesprochen, von Philippa 3, wie er sich selbst als den Schriftgelehrten mit Fug und Recht bezeichnet, als einen, der sich rühmen könnte, auf das Fleisch zu vertrauen. Sein ganzer Eifer, seine ganze Disziplin hat er bis zum Äußersten getrieben, aber er war ohne Christus und damit hat ihm seine ganze Disziplin nichts gebracht. War für die Tonne. Deshalb, als ihm dann durch Christus die Augen geöffnet wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er sich zu ihm bekehrt hat, erhielt er ein viel höheres Ziel, nachdem er sich ausstreckte und er vergaß, was hinter ihm war und streckte sich nach dem aus. Sein Verstand wurde geheiligt und er wollte von da an in voller Hingabe diesem Ziel entgegenstreben. An dieser Stelle möchte ich noch eine kurze Randbemerkung machen, bevor wir zu einem praktischen Teil kommen, was Disziplin und ein heiliges Leben auch betrifft. Ein Fehler bei der Thematik der Disziplin besteht darin, ein diszipliniertes Leben mit heiligem Leben zu verwechseln. Was jemand diszipliniert ist und sich im Griff hat, muss nicht unbedingt bedeuten, dass das, was mit einem heiligen Leben, einem in Gott, Gottes Augen, wohlgefälligem Leben etwas zu tun hat. Und vergleiche an dieser Stelle die Menge an Sportler und Athleten bei Olympia, im Fußballstadion. Wie diszipliniert sind sie? Aber wofür kämpfen sie? Paulus sagt an einer sehr entscheidenden Stelle, die noch sehr wichtig ist für uns an dieser Stelle. In 1. Korinther 9, Vers 25, da spricht er von denen, die im Wettkampf laufen, aber die einen vergänglichen Siegeskranz nachstreben. Er sagt, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam. Hier haben wir dieses Wörtchen. In allem jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Da sehen wir, mit jenen sind die gemeint, die einfach nur diesen Siegeskranz haben möchten, der nachher wieder verwelkt. und dem stellt er gegenüber, dass diejenigen, die in Jesus Christus der himmlischen Berufung nachfolgen, das heißt, den Blick über dieses Irdische hinausgehen lassen, eine himmlische Berufung haben und einen unvergänglichen Siegeskranz bekommen in der Ewigkeit. Dass da eine disziplinierte Person auf dem Siegestreppchen steht, hat noch lange nichts über ihre persönliche moralische Integrität, geschweige denn, Heiligkeit etwas zu sagen. Und wir haben auch noch ein spannendes Beispiel der Bibel dazu, ein wahndes Beispiel. Lukas 12, Vers 19, ein wahndes Beispiel dieses Mannes. Lukas 12, Vers 19, da wird ein Mann geschrieben, wie er ein Leben lang ackert, schuftet, Scheunen sich baut, noch größere Scheunen baut. Das ist eigentlich der klassische säkulare Schwabe, geldgierig, geizig, diszipliniert, aber gottlos. Jesus, dann hat er seinen Ruhestand endlich erreicht und just au moment, genau in diesem Moment, steckt sein letztes Stündchen und er stirbt. Und Jesus fragt, was ist jetzt mit diesem Mann? Was ist mit dem, was er hinterlassen hat? Was hat ihm sein Eifer, sein Ansatz, seine ganze Disziplin gebracht? Hier kommt ein wichtiger Satz, den man auf sich wirken lassen muss. Jeder, dem die Fähigkeit gegeben ist, ein diszipliniertes Leben zu erzielen, wird sich im Gericht für seinen Mangel an heiligem Leben verantworten müssen. Das ist eine sehr wertvolle Aussage, die diesem Buch Diszipliniert Leben aber wie von Taylor entstammt. Jeder, dem die Fähigkeit gegeben ist, ein diszipliniertes Leben zu führen oder zu erzielen, wird sich im Gericht für seinen Mangel an heiligem Leben verantworten müssen. Der Autor des Buches schreibt dann passend dazu weiter, man kann vollkommen diszipliniert sein, ein ordentliches Leben führen, sich gesund ernähren, jeden Morgen früh aufstehen, seine Arbeit hundertprozentig akkurat machen, aber weil man in seinen eigenen Augen korrekt oder besser gesagt selbstgerecht ist und keinen Grund zur Buße sieht, hat man sich als Pharisäer entpuppt. Solche Menschen vermeiden jede Art von Extravaganz. Sie sind korrekt in ihrem Verhalten, ehrlich in ihren Geschäften, ihren Gewohnheiten, sind geregelt, ihr Leben ist ordentlich und gut eingerichtet, sie wissen, wann sie mit dem Essen aufhören sollen, sie gehen nicht zu spät ins Bett, stehen früh auf, sie sind überkorrekt und mustergültig, aber sie sind oberflächlich, um von tiefgründigen Fragen nach dem Tod und der Unsterblichkeit, nach Sünde und nach Wahrheit vor Gott hin und her gerissen zu werden. Es ist schwierig, diese Abwehrstellung zu überwinden. Diese Disziplin ist wie ein Zauberer, der deine Aufmerksamkeit fesselt, während er dir die Taschen leert. Sie öffnet die Türen der Erde und versperrt gleichzeitig die Toren des Himmels. Möge uns Gott davor bewahren. Entgegengesetzt dem Mönchtum mit seiner Askese ist Disziplin nicht der Weg zur Heiligkeit. Heiligkeit entsteht nicht durch Disziplin, sondern durch die Aufgabe des Echus und durch Hingabe an Gott, durch Glauben. Die Basis für Disziplin mit Ewigkeitswert ist Heiligkeit. Man braucht Heiligkeit, um die Motivation zu reinigen, wenn man nach einem nachhaltigen, disziplinierten Leben strebt. Und Paulus schreibt das einmal auch zu den Korinthern im ersten Kapitel, dass Christus uns gemacht worden ist zur Heiligung. Dann geht Disziplin eine Verbindung mit einem geheiligten Verstand an. Dann wird für einen unvergänglichen Siegeskranz gestritten. Und jetzt können wir zum vierten Punkt kommen. Gewinn der Disziplin, Geheimnis der Disziplin, Gefahr der Disziplin und jetzt kommen wir zur Gewohnheit der Disziplin. Als Überschrift dafür wollen wir 2. Timotheus 2, Vers 5 verwenden. Wenn sich auch jemand, sagt Paulus, an Wettkämpfen beteiligt, wieder diesen Wortgebrauch aus dem Sport, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. wir fragen, gibt es biblische Regeln, gibt es Orientierungshilfen? Ich habe hier ein paar Tipps herausgesucht, die nicht ich selbst erfunden oder zusammengetragen habe, sondern die John MacArthur einmal zusammengestellt hat und die ich ins Deutsche jetzt hier übersetzt habe und ganz gerne einmal durchgehen möchte, weil ich denke, dass sie praktische Hilfen sind. Und wenn ich jetzt hier mit praktischer Hilfe schon anfange, es gibt manche, die sagen, man kann Disziplinen durch Warm- und Kaltduschen verwenden. Jetzt ist das politisch vorbelastet und das ist ein Trauerspiel, was diesbezüglich gerade im Land geschieht. Ja, natürlich ist es so, dass Kaltduschen abherdet und auch ein Stück weit Disziplin zeigt, aber unabhängig davon ist es trotzdem ein Drama, was unsere Regierung da gerade anpreist, weil selbst wenn ganz Deutschland jetzt plötzlich kalt duschen würde, der Gasnotstand trotzdem kommen wird, wenn es weiter so geht auf politischer Ebene. Aber das nur am Rande. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Was ist eine Hilfe? Lukas 16, Vers 10, da sagt Jesus, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Fange klein an, mach kleine Schritte. Hast du schon mal die Bibel durchgelesen? Hast du dir schon mal überlegt, das mal zu machen? Leg dir mal einen Plan zurecht und fange klein an. Ein, zwei oder auch drei Kapitel am Tag. Du wirst sehen, wie du, auch wenn du an manche Stellen kommst, die bissig sind, einen großen Gewinn haben wirst, wenn du die Schrift am Stück liest. Und es gibt im Übrigen auch sehr interessante Systeme dazu, die ich dir auch unter das Video einmal im Kommentar beziehungsweise der Beschreibung verlinke. Fange klein an. Fange klein an mit deinem Zimmer. John MacArthur sagt, fangen Sie klein an mit Ihrem Zimmer. Räumen Sie es auf, halten Sie es sauber. Wenn etwas nicht an seinem Platz ist, trainieren Sie sich dazu, es an den Platz zu stellen. Weiten Sie dann diese Disziplin auf, den Rest des Hauses aus, auf Ihren Arbeitsbereich, auf Ihre Gemeinde. es gibt einen interessanten Admiral McRaven Leaves, ein Ausbilder, nochmal der US Seals, der dem markanten Satz gesagt hat, if you want to change the world, then start with making your bed. Wenn du die Welt verändern möchtest, dann fang damit an, morgens dein Bett zu machen. Und er sagt dann so schön, also sein erster Erfolg, um deinen Tag zu strukturieren, du hast schon mal eine Sache geschafft. Dem kleinen Anfang möchte ich noch eine Kleinigkeit hinzufügen. Fange früh an. Nun ist es so, dass es ganz unterschiedliche Typen gibt, unterschiedliche Arbeitszeiten, Schichtdienst, unterschiedliche gesundheitliche Beeinträchtigungen, die das verwehren. Aber warum nicht einfach mal versuchen, dem Sprichwort zu folgen, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aufgaben des Tages morgens zu erledigen. Dann, wenn noch viele schlafen, hilft einem im Laufe des Tages, nicht mehr einfach nur zu reagieren auf die Probleme, irgendwie schauen, dass man zurechtkommt, sondern hilft einem, schon mal morgens Vorsprung zu haben und agieren zu können. Im Übrigen ist Jesus unser Vorbild darin, im frühen Aufstehen, im Morgensicht Zeit zum Gebet und zur Bibellese zu nehmen. Auch das ist ein Zeichen, oder kann ein Zeichen von Disziplin sein, wenn man sich das einrichtet. Markus 1, Vers 35 spricht davon, dass Jesus früh aufstand und sich Zeit und Gebet nahm, weil er morgens nicht gestört wurde. In Sprüche 8, Vers 17 steht, wer mich eifrig sucht, manche Bibelübersetzungen sagen, wer mich früh sucht, wird mich finden. Der zweite Punkt, sei pünktlich, kaufe die Zeit aus, denn die Tage sind böse, so steht es in Epheser 5, Vers 16. Das mag nicht unbedingt sehr geistig erscheinen an dieser Stelle, aber es ist nicht unwichtig. Es ist wichtig. John MacArthur sagt, führt weiter fort, wenn du zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein solltest, dann sei pünktlich. Entwicke die Fähigkeit, deine Wünsche, Aktivitäten und Ansprüche so zu disziplieren, dass du pünktlich und erscheinen kannst. Nicht besser spät als nie, sondern besser nie spät. Auch da ist keiner von uns vollkommen, aber es ist ein Punkt, den man sich vornehmen kann und an dem man arbeiten kann. Und der zu Epheser 5, 16 gehört, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wir sollen die Zeit ausnutzen, nicht verblämpern. Es fordert darüber hinaus auch natürlich uns heraus, einen zeitlichen Plan zum Beispiel zu erstellen und das ist auch ein interessanter Detail, was man hier zu diesem zweiten Punkt dazufügen sollte. Wenn man sich einen Terminplan macht, einen Tagesplan, einen Wochenplan oder einen Monatsplan, dann hilft das, lieber geplant zu haben, als nachher verplant zu sein. Natürlich braucht man eine gewisse Flexibilität im Alltag, wenn es gewisse Umstände erfordern. Aber, Benedikt Peters sagte so schön einmal, fünf Minuten vor der Zeit, es ist Christen, Pünktlichkeit. Der dritte Punkt, erledige die schwierigste Aufgabe zuerst. Das ist der dritte Punkt, den MacArthur anführt und den ich, denke ich, schon auch sehr passend und sinnvoll finde. Ich habe keine passende Bibelstelle dazu, kam mir dazu. Wenn dem so ist, dass die Hörer hier doch dazu eine passende Bibelstelle finden, würde mich das natürlich gerne interessieren. Wenn du das tust, würde es dir leichter fallen, die einfachen Aufgaben zu erledigen. Wenn ich eine ganze Menge an Aufgaben vor mir habe und einen freien Tag zum Beispiel habe und ich weiß, da ist dieses schwierige Gespräch, dieses schwierige Telefonat. Man kann es so lang umschiffen, bis es spät abends ist und plötzlich ist es auch einen Tag weiter verschoben, prokrastiniert. Deshalb versuche, das Schwierigste, das Schwerste als erstes zu erledigen und dich dann den anderen Dingen zu widmen, nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Als vierten Punkt, organisiere dein Leben. Wir sprachen schon von 1. Petrus 1, Vers 13, die Lenden unserer Gesinnung um Gürte zu halten. Das bedeutet, plane deine Zeit. Das gehört eigentlich auch schon mit zur Pünktlichkeit dazu. Und dazu hilft es auch, sich To-Do-Listen zu erstellen, um einfach schon mal zu sehen, okay, was habe ich bisher alles geschafft, was steht mir noch vor. Wenn man einfach nur sagt, okay, was mir gerade in den Kopf kommt, das mache ich jetzt mal, dann ist genau das das Gegenteil von dem, was Petrus in 1. Petrus 1 sagt. Wir sollen die Lenden unserer Gesinnung zusammen gürteln. Und dazu kann tatsächlich ein Handy oder auch eine To-Do-Liste auf anderer Ebene uns eine große Hilfe sein. Wenn du deine Zeit nicht im Griff bekommst, wird sie dich in den Klammergriff bekommen. Und wenn du Schwierigkeiten hast, dich zu konzentrieren, dann kann man das auch lernen. Man kann das gezielt auch lernen, indem man zum Beispiel ein Instrument anfängt, eine Sprache lernt. Manche üben das zum Beispiel auch tatsächlich durch Stricken oder es gibt tatsächlich auch Konzentrations- Trainingsprogramme oder Apps, die einem da helfen können. Fünfter Punkt. Akzeptiere Korrekturen. Sprüche 27, Vers 6 passt dazu. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Korrekturen helfen, uns disziplinierter zu werden. Deshalb, wenn uns etwas misslingt, heißt es nicht, dass wir dann gleich aufgeben sollen. In Sprüchen heißt es einmal auch, dass der Gerechte siebenmal fällt und er steht wieder auf. Und wichtig ist, dass wir Korrekturen bereit sind, auch anzunehmen, weil, wenn wir Kritik ausweichen, können wir nicht an Kritik wachsen. Sechstens, übe dich in der Selbstverleugnung. Markus 10, Vers 38, spricht explizit davon, wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, dann nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Megafa schreibt dazu, lerne Nein zu deinen Gefühlen zu sagen. Lerne das zu tun, von dem du weißt, dass es richtig ist, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Anstatt also mal einen Film oder eine Serie zu schauen oder sich einfach nur beriesen zu lassen, lies ein gutes Buch. Oder noch besser, fang an etwas zu schreiben. Es ist manchmal sogar nützlich, sich gewisse Dinge zu versagen, so schreibt Megafa weiter, die man sich leisten kann, wie einen Donut am Morgen oder ein Dessert nach dem Abendessen. Solche Selbstbeherrschung hilft, die Gewohnheiten zu entwickeln, andere Dinge unter Kontrolle zu halten. Disziplin im körperlichen Bereich hilft auch im geistlichen Leib, im geistlichen Leben, diszipliniert zu werden. Und dann eine letzte Sache noch, die Megafa hier anführt. Übernimm gerne Verantwortung. Und ich denke, die passende Bibelstelle, die hierzu kommt, ist Matthäus 5, wo Jesus seine Nachfolger dazu aufruft und sagt, dass sie Salz und Licht sein sollen. Was Verantwortung übernehmen nochmal bedeutet, heißt auch wirklich Aufgaben. Verantwortung in Aufgaben in der Gemeinde auch zu übernehmen. Wir sollen Salz und Licht sein, auch in der Welt. Das kann uns nur dann gelingen, wenn wir tatsächlich auch bereit sind, in die Welt zu gehen, um dort das Licht und Salz ausstreuen beziehungsweise leuchten lassen. Wenn sich dir die Möglichkeit bietet, schreibt Megafa, etwas zu tun, was getan werden muss, melde dich freiwillig, wenn du in diesem Bereich Talent hast oder es gerne entwickeln möchtest. Die Übernahme von Verantwortung kann dich dazu zwingen, dich selbst zu organisieren. Ich möchte an dieser Stelle noch eins hinzufügen, gerade was bei Jüngerschaft wichtig ist, eine Rechenschaft beziehungsweise sich aufzubauen, sich jemanden, eine Person des Vertrauens des gleichen Geschlechts zu suchen und einfach sich einmal in der Woche oder einmal im Monat auszutauschen und zu sagen, hey, was läuft bei dir gut, was läuft bei dir nicht gut. Auch das hilft, dein Leben zu disziplinieren. Wir brauchen gegenseitige Zuverlässigkeit. Wir müssen uns Fehler eingestehen, keiner ist perfekt. Perfektion gibt es auf dieser Erde nicht, außer in Jesus Christus. Aber wir brauchen Zusammenhalt, Zuverlässigkeit und auch diese Selbstbeherrschung, die Galater 5, 22 eben benennt, in der Gemeinde und auch als Lichter und Salze in der Welt. Vergiss nie dabei, wir wurden aus Gnade gerettet. Gnade war es, die aus Paulus hat werden lassen, was er war und das hat er nie vergessen. Vater, danke, dass du auch für diese praktischen Dinge uns dein Wort geschenkt hast, als ein Licht, was unserem Fuß den Weg leuchtet. Du siehst, in welchen Herausforderungen jeder Einzelne steht, wo wir Hilfe brauchen. Danke, dass du ein Helfer bist. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass du den Geist in uns gelegt hast, damit wir dir dienen, damit diese Frucht zu deiner Ehre in uns wächst. Arbeite weiter in uns. Und Vater, lass uns immer daran gedenken, was Paulus auch sagte, dass alles, was gelingt, im Letzten aus Gnade geschieht. Alles Gute kommt von dir her. Darum möchte ich dich weiter auch bitten und dich ewig preisen. Amen.